ich will diese diamanten will ich sehen will ich so diamant an mein ohr hängen weil diese wache kann ich ja nicht markieren da diesmal chillig bitte oder kein töten ja das reinkommen ist ja schnell das reinkommen ist ja nicht schwer was rauskommen ist schwieriger aber ich glaube da läuft in die ecke oder aber sind da fenster dann auch ich noch aus dem fenster das fenster und keine kamer die menschen die die menschen wie johnny johnny checkt jede ecke ab der rät des beiden keul rauch jetzt kommt er wieder jetzt kommt er sich erst mal vorgucken noch zwei stunden arbeiten hat er keinen bock drauf jetzt denkt er sich so ah ich geh mal scheiß dann so jetzt muss er kurz stehen bleiben so die backen zusammenkneifen damit das nicht in die hose fällt wieder notstand wieder so weißt dann bleibt er so stehen dann zieht er so die unterhose von den der johnny ist der beste man so leute wie versprochen haben wir hier den diamanten heißt für euch die neue mission von payday und vorweg ich habe leider die pre planning verpasst aufzunehmen was ihr wissen müsst wir haben im garten im museum zwei leichen extra zwei leichensäcke platziert weil in dieser mission im gegensatz zu anderen missionen ist öfters vorkommt dass sie vielleicht einen zivilisten umbringen müssen weil das problem bei dieser mission ist dass die wachen hier so viele sind dass man das nicht kontrollieren kann wo kommen sie jetzt her die kommen einmal aus ecke die sind unberechenbar die machen ihren moonwalker vertreppe drehen sich dann um darum haben wir dafür die extra leichensäcke gekauft und was ihr hier sieht wie wir gerade da reingehen sprich von der seite man kann auch natürlich ganz gemütlich von der vordertür eingehen da müsst ihr dann die thermalpaste kaufen dann könnt ihr halt gemütlich auch von der seite reinkommen und habt so gesehen ein einstieg in den keller rein das wird auch später unser fluchtweg werdet ihr auch sehen und wir haben glaskutter dabei den bedingten wir auch in einsatz sehen wenn ihr keinen glaskutter habt und ihr die vier boxen gefunden habt ihr knacken müsst damit die alarm systeme nicht mehr funktionieren müsstet ihr dann die glasscheiben einschlagen was dann halt das problem mit sich bringt dass die wachen das hören könnten hier auf todesmut ich glaube das war unser zigster versuch da hatten wir irgendwann einfach keinen bock mehr das zu machen da so gesehen haben wir den diamanten geschnappt ich glaube noch zwei extra taschen und dann sind wir abgedüst auf jeden fall die information wollte ich euch vorweg geben damit ihr nicht wundert wie seid ihr jetzt da reingekommen wie habt ihr das dies gefunden also ach ja genau zu schluss wir haben auch noch einen short cut für diesen diamanten genommen also was wir gekauft haben sind zwei extra leichensäcke also plätze für leichensäcke eine glaube ich thermalpaste glaskutter und back short cut heißt das glaube ich auf jeden fall will ich jetzt nicht weiter quatschen und ich wünsche euch viel spaß beim video die haben sich atemlos gemacht ich drehe am rad das rad dreht sich so ich habe eine ox mox money box sehr schön ich finde das immer doof wenn wir beide diese gleiche seite hoch gehen stören wir uns die haben liebsten wieder dahinten hoch gegangen da ist ein gegart mit dem weg aber auch nichts ich habe noch ein was hast du gesagt ok er kommt natürlich runter voll man jetzt erst mal eine halbe stelle gefangen ich habe kamera habe ich nicht da kommt eine ich komme nicht durch aber ich weiß wo der kamera raum ist habe noch eine box wow das geht heute so schnell kein cv ja hier wird das hier ist ja keine da kommt eine wache war schon einen der mittel ja also ich habe den in der mittel da beim gang aber nicht im garten ok da ist der penner jetzt hat er sich doch vorgestellt erstmal schön die scheiße am teppich schmieren da bleiben nicht so lange markiert mit diesem drei sekunden skill da ne aber immerhin ich habe noch die kameras gleich wir haben nur eine wache oder ja und die sekur die hast du da jetzt ja das ist das anwenehmste jetzt Ah, ich brauche immer noch ein Zivi, das ich nur mache. Der Zivi ist mich schon runtergegangen. Oder? Hier ist einer. Hier ist auch einer. Ich habe schon. Hast du drin die Karte? Hier ist. Was machst du denn? Komm, gehen, Gang, Mitte, mach irgendwas. Nervt mich nicht. Stell sich da hin, ne? Ja, kommst du zurück. Ich muss schnell sein. Ich verstecke mich hier unten so lange. Lassen wir mal die Zeit hier runterlaufen. Was meinst du, wie lange genug? Ist er da, drinnen? Weißt du nicht? Ne, ist er nicht. Da ist einer. Links von dir ist auch einer. Er wechselt die Dings jetzt da hinter uns. So, der geht runter, oder? Doch. Ja, der geht runter. Ja. Ja. Einer kommt hoch. wei dürfen wir killen richtig ich glaube schon ja ich habe wieder miese lecks gerade jetzt weg ich habe aber keine leichensäcke mehr super er macht jetzt auch monorock oder profi er weiß wie man treppen runter geht ich sage dir jetzt sagt jetzt von deiner sicht okay wie meinst du das was okay was meinst du ja mal gucken wenn es wieder so schnell geht ich habe einfach zurück ja definitiv ich sage dir auf den fall bescheid ob es klar geht meinst du wenn noch zehn sekunden übrig sind meinst du schafft man zurück ja ja klar oder ja doch klar und die was muss er denn wieder so ein bilderbuch ding sein ja wache warte 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 da ein ist ganz gefährlich er sieht um mein gott tätigen ich bin zu spät alles gut oh mein gott aber du machst es von dort aus pack ihn ein ja ja pack ihn jetzt ein entschuldige das war mein schild knapp die tür schnell das kommt mir wie 20 minuten gerade vorne ja aber wie gesagt wenn wir damit haben aus dem fenster raus und raus ich habe den ersten ich hätte vor links vor links vor links 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 vor links geradeaus zum rücklaufen weiter auf jeden fall gewesen rücklaufen zurücklaufen ok jetzt 3 vor eine links ja eine vor ja weil links ja weil vor ja eine recht ja eine hoch ja weil rechts zwei rechts ja ein hoch wie viele sekunden du sagst jetzt von meiner schulterrichtung ich sag schon bei einer richtung ja 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 ok äh nein der ist scheiße ok ja wie kommen denn die gäste hier zu besuchen so treten auf falsche dinge sterben hier im museum ok auf ein neues oh ich bin schon ein bisschen aufgeregt ne das schaffen wir ja mann sag so von dir aus ganz rechts ja äh ist so hoch bis zum vorletzten ding vorletzte ja guck mal jetzt hier soll ich noch ein vorgehen ja dann gehst du zwei links ja und einen zu mir geradeaus ja wir haben ihn so ich mein stör sender und raus alter nein 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 warte ey wir dürfen das jetzt nicht verkacken ja darum meine ich ja stör sender aber wir müssen links zum fenster da lass uns raus ninjan bitte ist links sauber wir wissen es nicht ne da ist der eine typ war ein sehr guter rückweg 6,1 millionen so schaffen wir es raus ey ich will noch sachen klauen ey ganz ehrlich ich verstehe dich ja aber nach den 200 zum versuch habe ich keinen Lust drauf ja ok sind beide da der gibt bestimmt die treppen auf ne ne er kommt zu uns für dich er kommt komplett zu uns wir haben es komm wir wechseln die seite jetzt steht er da allerdings ne das gibt es doch nicht kommt zurück ne geht ruhig ich wollte schon sagen ey das gibt es doch nicht das kann doch nicht sein jetzt bleibt er da einfach stehen man ja ok ey ey pager können wir pager ich weiß nicht ob wir pager können alter ja wir können ok mach ich hast du ok hast du einen leichensack das ist der letzte gewesen ne ja ja da ist ne wache ich schnapp dir doch wenigstens zieh so ne Tasche aber da sind wir so stark zu sehen ey ich weiß nicht hm wo meine Tasche ich geh schon runter in den Keller ne da ist ne wache man im Keller ich geh da achso ich guck schon in die Ecke die es gibt da kommt einer wo hier 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 ich stör sein da wir müssen noch ein störseite auf jeden fall machen vergiss nicht dass du deine tasche erst wegwerfen muss nur um störseite passieren ich setze jetzt meinen nächsten schon muss einmal springen diese störseite setzen wir machen so eine arbeit das ist schon wie so ein wie sagt man stein vom herzen gefallen jetzt so ein das ist ein triumpf oder ein triumpf geil zwei krone haben es rausgeschafft jeder wurde von euch erhält zusätzlich 235.000 dollar wie geil ist das denn man natürlich wieder rap mod bitte keine farbe bitte keine jawohl wir sagen tschüss ich hoffe es hat spaß gemacht zuzuschauen bis zum nächsten mal noch ein vor noch ein vor ja zwei nach links ja ja jetzt wieder ja ja 2123 nach vorne zwei nach rechts so nach rechts und jetzt komplett gerade durch was was ich habe doch richtig gesehen was passiert hier das war noch längst 30 sekunden mein gott bekommen einfach noch mehr das ist das ist das ist das ist das ist Lass mich zurück, Brüdy! Nein! Ja, ich will rein, ey! Oh mein Gott! Krieg dich. Und direkt sprint, okay? Ja. Was? Sniper! Nein! Hat keine Stromkosten. Keine Kamera, mein Wachmann. Der kommt zu dir. Komm zu uns, besser gesagt. Guck mal, er sieht mich. Guck mal, er sieht mich. Hast du das gesehen? Boah, wir haben in eine Doppelstelle gegeben. Aber hast du gesehen, wo er mich gesehen hat? Ja, ich habe es gesehen, aber ich weiß nicht. Aber warum? Ich verstehe es nicht. Weint ihn nicht. Weint ihn nicht. Weint ihn nicht. Weint ihn nicht. Guck mal. Guck mal, lauf mal da da. Stell dich mal dahin. Okay, man sieht voll den Krat. Siehst du? Ja, aber wenn man so hier sieht, so mein Kopf ist schon hier so unten, aber das ist ja lächerlich, Mann. Hoffentlich geht er direkt weiter hoch. Nein, er bleibt stehen. Nein, was habe ich mir nur gedacht? Das hat nicht mal einer gehört, Mann. Ja, aber trotzdem. Das habe ich mir nur gedacht. Okay. Okay.